hallo leute herzlich willkommen zurück bei minecraft ähm ein dungeon nicht wahr haben wir letzten part gesehen und das werden wir jetzt suchen ich werde natürlich nicht durch ähm achtung lava doch ich muss durch die lava dort also die lava durchqueren das kommt mich nie dort ans ziel ist auch nicht so schlimm denn hier oben ist ja gerade die quelle aufpassen entfernung ist ab komm schon jemand nicht mit jemanden der erste tanchen dort unten scheint diese höhe scheint mir sein diamanten ist mir aber nicht ganz klar dann ist wieder lava ich kann mich nicht runter bauen mein gott suchen nachher Prozent und nach Diamanten aber zuerst will ich das dann nur eine Truhe ich bin sporn hätte ich jetzt keine hatte ich jetzt keine lust gehabt hier zu ja drei eisen gut Brot ein Sattel gut zwei Weizen Schwarzpulver Geste nehmen wir mit und ja werden wir auch mitnehmen Moosstein ich war heute bei meinen Kollegen eben diesen Nick er spielt Minecraft auch und er hat mich so gefragt apropos Dungeon und Moossteine ob ich die Moossteine auch abbaue das kommt mir jetzt gerade in den Sinn da muss ich noch mal sagen danke für diesen Nachmittag nein ja schon wieder ein kleiner ein kleiner ein kleiner Cave oh mein Gott Adam Moossteine bitte Adam Moossteine ja und da heute da haben wir morgen der letzte Schultag haben freue ich mich so auf die Ferien da ich auch Let's Plays aufnehmen werde ja so gehen in den Dungeon ich möchte gerade nicht so viel sagen denn es ist einfach nur ein geiler Moment unser erster Dungeon schon gefunden wie schnell ging das denn drei Fackeln nein wir machen nur noch ein paar haben wir oh Holz vergessen machen wir uns noch ein paar die anderen heben wir uns auf oh mein Gott oh mein Gott bauen wir mich hier runter jump ich dachte es mir ja wir haben die Höhe der Diamanten erreicht Suche der Diamanten geht los ich wäre so froh wir würden die ersten Diamanten finden äh ich kenne diese Geschichte also bekannt für Minecraft Lavasee Diamanten abbauen von hinten Creeper oder Zicht und dann äh weg die Scheiße kennt man ja nicht wahr äh äh ich finde Lavasee ist ein bisschen gefährlich deswegen halte ich ein bisschen besser Abstand zu diesen ja Redstone holen wir uns gerade mal Redstone Eisen ja besser tun wir sollten Eimer sollen wir uns machen Nein Nein ist das wahr ist das wahr unsere ersten Diamanten 1 2 3 4 5 6 7 8 Diamanten meine Fresse das ist geil ohne Scheiß das ist echt geil ja genau passiert mir nicht so oft was ich gerade sagen geil Diamanten so geil hoffe ihr werdet euch mitfreuen wir dürfen nur nicht verrecken hier unten ein Redstone zwei Redstone ist so also ja zwei das sind ja ist acht die ich jetzt abgewollt habe mal Redstone nochmal Redstone und oh nein nochmal Redstone ich will immer auf sicher gehen wegen dem Lava ihr kennt mich vielleicht nicht heißen hier dafür nehmen wir die Steinspitze Gold habe ich nicht dabei nein acht Diamanten ey das ist der der Hammer voll der Burner nur noch eine Eisenspitze wir sollten uns diese ähm gut aufteilen ich will noch mehr Diamanten wäre das eventuell möglich oder ist es nicht möglich hier ist Wasser werde ich gerade mal die Leitung stoppen Eisen nehmen wir kurz mit eins schadet ja nicht äh Obsidian ähm ich sehe gerade nirgendwo Diamanten das kommt schon wir waren jetzt da hinten noch nicht ja wir werden jetzt das Redstone noch mitnehmen all die seltenen die es nur unten gibt ja Eisen werden wir natürlich immer mitnehmen denn ich will da rüber hallo nein noch nicht ich warte noch ich geh besser dort hinten lang das waren wir schon hier ist nicht mehr mit Redstone genau ein Stack äh reicht jetzt oh ja Eisen jetzt müssen wir sparsam umgehen Diamanten Geil aber ich will zuerst alles absichern jetzt sind wir hier ach ja also wir sehen uns im nächsten Part bis zur nächsten Aufnahme euer Mauri LP A E freuen A A A A